Oh, hey Leute, ihr seid ja auch wieder da und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Adi! Ihr habt so schöne Kommentare geschrieben, weil ich wieder da bin. Das hat mich richtig, richtig doll gefreut. Und ja, ich würde sagen, Freunde, wir haben auf jeden Fall wieder einige spannende Sachen hier in der Stadt vor heute. Und ja, ich dachte mir letztens, man könnte auch mal zum Spielzeugladen gehen, vielleicht mal ein bisschen shoppen gehen oder so. Das würde sich auch Spaß machen, wenn wir mal ein bisschen die Stadt erkunden. Aber vorher würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen die Gartenarbeit, holen uns noch ein paar Karotten hier. Von dir ist ja, die Möhren ernten ist auch immer sehr wichtig. Und wir gehen mal zu Ente und gucken, ob der da ist. Ente! Ente, bist du da? Hallo? Was? Was? Hallo? Ja, Ente! Ey, komm hier, Kera, geh da raus! Ey, Ente, deine Tür ist wieder kaputt. Ey, was? Was geht? Adi, warum hast du meine Tür gerade kaputt gemacht, Alter? Was soll das? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, wie geht es dir so? Wie steht's? Du hast meine Tür kaputt gemacht, Junge. Äh, okay, ich setze wieder hin. Ich mach aus dir, Adi, süß, sauer, komm her! Junge, Adi, du bist 2 Euro wert, Alter. Ich mach aus dir, Adi, süß, sauer, 2 Euro, komm her! Ey, das ist dein Spruch, Ente! Ich weiß. Was geht, Adi? Was gibt bei dir ab? Was geht? Ey, wusstest du schon das Neueste? Was denn? Ich wollte heute mal in den Spielzeugladen gucken, aber ich hab gar kein Geld mehr. Äh, Adi, ich hab noch ein bisschen Para in der Tasche, warte. Leute, wie flachst du? Äh, elf. Elf, Dias? Ja, Mann! Also, das ist ja genug für irgendwas aus dem Spielzeugladen. Wollen wir mal hingucken? Ey, ich hab keine Ahnung. Also, ich war da ewig nicht mehr drin, aber wir können wir machen. Ja, los! Denn ihr müsst wissen, Freunde, im Spielzeugladen haben wir immer sehr coole Sachen gefunden, aber da haben wir mal eine Switch gekauft und so. Aber das sind auch noch andere Sachen, deswegen würde ich einfach mal sagen, lass mal hingucken. Wird schon cool sein, oder, Ente? Ja. Ey, auf was hat das mal Lust? Sag mal ganz ehrlich, Ente. Boah, ich verreiß gar nicht, Alter. Ich will Dias wert haben. Aber das wäre auch cool. Moment, hier ist der Klamottenladen und hier ist der Spielzeugladen. Oh, Jura, also hier ist so cool, Alter. Oh, Alter, gibt hier mal das Lama. Ah, das Lama ist kaputt. Da hat er es nicht gesehen, oder? Äh, du meinst sie? Das ist eine alte Oma. Äh, äh, ich muss das bezahlen, Alter. Ich hab das kaputt gemacht. Wir sagen einfach nichts. Moment, wir gucken mal, was es hier so gibt. Ja, warte, nein, Alter, du musst ehrlich sein. Du musst sowas bezahlen, wenn du irgendwas kaputt machst. Ist halt so. Ja, gut, hier die zwei Dias dafür. Oh, Mann, Alter, ich hätte das gewollt. Ach, Ente, jetzt mal Spaß beiseite. Lass mal gucken. Kinderwagen ist auch langweilig. Nein, Alter, was soll ich mit dem Kinderwagen, Alter? Sehe ich aus wie Mädchen? Da oben noch so eine Rakete. Ah, ich weiß nicht, das sind alles schon Sachen, die haben wir. Und die Switche sind auch cool. Jo, aber die hab ich alles schon. Äh, lass mal fragen, was sie so haben. Hey, Frau, äh, Spielzeugladenbesitzerin. Was haben Sie eigentlich so an coolen Stuff hier? Ist irgendwie nur so langweilig ist. Ja, wir haben hier noch so eine Puppe auf jeden Fall liegen. Sehen Sie die hinten? Aber Sie müssen aufpassen, diese Puppe ist verflucht. Ich will sie auf jeden Fall loswerden. Äh, Ente? Hä? Welche Puppe, Alter, ich seh die gar nicht. Ja, guck mal da hinten, hinter ihr. Ach da, lol, Alter. Einti, die sieht ja irgendwie ein bisschen gruselig aus, ne? Die sieht echt ein bisschen unheimlich aus. Einti, ich hab die Puppe. Wow, hä? Aber, 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 Frau Spielzeugbesitzerin, wie meint Sie, dass diese Puppe ist unheimlich und Sie wollen die loswerden? Ja, ich weiß nicht, diese Puppe ist verflucht. Hä? Ähm, Ente, willst du sie wirklich haben? Ja, Mann, ich will die wirklich haben, Alter, die ist voll cool, Mann. Alter, ich geh jetzt mit ihr spielen, Alter, aber es geht. Los, tschüss. Ja, Mann, lass erst mal mit der Puppe zum Döner gehen, Alter. Ja, Mann, aber wie meint sie das, dass diese Puppe verflucht ist? Hä? Keine Ahnung, was mit ihr los ist, Alter. Moment mal, lass mal hier zum Dönermann gehen. Hey, äh, Pedro, wir haben hier was Neues. Guck mal die Puppe an. Stell's mal hin. Ist, äh, das ist eine, ist ein Verfluchter. Verschwinde sofort aus meinem Dönermann. Hä? Sie gehen sofort hier raus. Ihr müsst sofort gehen. Sofort, ihr geht sofort raus. Und verschwindet mit dieser Puppe. Ja, gut. Hä, Mann, Alter, was haben die eigentliche Puppe? Hey, Alter, was ist mit dem los, Alter? Das schickt uns einfach raus wegen der Puppe. Was soll das? Junge, die Puppe ist irgendwie voll doof. Keiner mag die hier aus der Stadt. Ja, aber wir mögen die Puppe. Das ist ja wichtig, Alter. Das reicht auch. Lass uns mal damit spielen. Aber irgendwie wird man ganz schwindelig, wenn ich damit spiele. Echt? Ist das so cool? Warte, ich geb die nochmal her. Nimm du mal, Ente. Oh, ich krieg... Leute, ich hab grad Wizard-Effekt. Ich hab Wizard-Effekt. Ne, wohl. Hä, ich dachte grad, ich krieg Wizard-Effekt. Ente, äh, irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie ist die Puppe ganz komisch. Gib sie mir nochmal. Warte, ich geb die dir? Oh, ich fühl mich ganz komisch, Ente. Warte mal, Ente. Mama, gib mal her. Ich mach mal kurz den Test, Alter. Ob die Puppe irgendwie vielleicht verflucht ist oder so. Warte. Verfluchte Puppen sind doch immer Feuer fest, oder? Oh mein Gott. Wollte ich mal probieren? Mach mal. Warte. Oh mein Gott, mit der Puppe passiert gar nichts. Warte, gib doch mal her. Ente, gib doch mal her. Ich probier's nochmal. Warte. Okay, Ente, nochmal. Nimm mal, nochmal, nochmal. Warte. Warte, ich probier mal. So, und... Ah, Ente. Ente. Jo, ich werde die ganze Zeit verpuppen. Wenn man die schlimm macht, mach doch mal. Ente, hier nochmal. Ente. Oh mein Gott, was ist das für eine Puppe? Wir sind verflucht. Nicht mehr. Ente. Ente. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich fahre die Puppe los. Ich werde die Puppe wegwerfen lassen. Ente. Ente, nichts passiert. Tp, ich fliege immer weiter weg. Ich fahre alle meine Items. Du blöde Puppe. Mach's gut. Alter, ich bin immer im Ozean. Äh, Ente. Komm her. Junge, Ente. Ich hab die Puppe gerade wieder reingeworfen, dass sie hier nie wieder auftritt. Alter, hast du gut gemacht, Alter. Junge, die liegt jetzt da drin, Alter. Die findet nie jemand. Junge, die ist echt... Lass doch mal hier den Eingang oder so versiegeln oder so, dass da niemand reinkommt, Junge. Junge, wir müssen echt da irgendwas vormachen. Hast du zufällig was im Inventar? Ja, Mann. So, warte. Lass sie einfach einmauern, oder? Ja, los. Mach einfach einen Stein dahin oder so. Mach hier einfach kurz den Brunnen zu, so. Ey, Alter, wir machen einfach den Brunnen zu, oder? Brunnen, hast völlig recht, Alter. Wie könnte ich jemanden an dir zweifeln? Ja, aber lass einfach hier kurz den Brunnen kaputt machen, Leute. Wir müssen die versiegeln, Alter. Das ist gefährlich, das Ding. Junge, die Puppe ist... Okay, meinst du, das reicht schon? Nee, Mann, das ist gefährlich. Junge, Alter, hau alles weg, Junge. Der ganze Brunnen muss weg. Das ist einfach eine Puppe. Eine komische, verfluchte Puppe gewesen. Ja, warte, ich geh ganz kurz Game on, Alter. Da muss man Game on, geht mal sowas. Das ist gefährlich, Alter. Junge, wenn ihr auftaucht nochmal, die Puppe wird alles kaputt machen hier. Ja, Mann, Alter, das ist übelst gefährlich. Aber weißt du was, Ente? Heute bei mir eine Übernachtungsparty machen, okay? Ja, Mann. Komm her, Ente. Folgt mir mein Haus, Alter. Ich hab schon so alles vorbereitet für uns beide. So, Ente, ich geh jetzt wieder aufs Game on raus. Ich hab's jetzt zugemauert. Ja, klar, los. Aber, Ente, komm, es wird doch schon ganz spät. Es wird schon fast dunkel, ne? Huh? Einti? Was denn? Ich weiß nicht, die war auf einmal bei Winwild Haar. Wirf sie weg, Ente, und wir gehst jetzt mal rein. Ich werf sie in den Briefkasten, okay? Ja, damit ihr irgendwo anders hinfliegt. Aber komm jetzt rein, Ente, es wird schon ganz dunkel. Boah, Ente, es ist schon so spät geworden, Junge. Boah, ja, es ist echt zu spät, Alter. Ich werd schon ganz müde. Lass mal echt nach oben gehen, oder? Ich hab die Idee. Einti, ich mach mir ganz kurz noch Kekse, okay? Ich geb mir ein paar. Ja, mach mal. Alter, du kannst hier auch mal für den Sofa schlafen. Und ich, ey, schlafe einfach in meinem Bett, okay? Okay, ey, wieso musst du hier auf dem Sofa immer pennen? Ja, pass nicht mal ins Bett rein, Junge. Einti? Einti? Einti, pass auf. Ich hab da gerade die böse Puppe gesehen. Und die war echt. Die war nicht klein, die war groß. Die hat mich einfach angegriffen, Einti. Hä, wo denn? Einti? Einti, ne, 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 ne. Einti, das ist das Schwarze. Nimm dir das Schwert mit, nimm dir das Schwert mit, Einti. Glaub mir doch. Nimm dir das Schwert mit, Einti. Du glaubst mir nicht, oder? Einti, was für eine Puppe? Einti, ne, 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 nehm dir das Schwert mit. Ich hab's dir doch gesagt, Alter. Einti, spring runter hier. Spring runter hier. Sie wollen uns besiegen in Minecraft, Alter. Junge, das ist einfach... Wer ist das? Wie heißt denn nochmal? Das ist Chucky, die böse Puppe, Alter. Junge, das ist einfach Chucky, die böse Puppe. Ah! Einti, lauf, schnell. Ich will, komm, wir müssen uns ganz schnell verstecken. Junge, wir müssen uns besiegen. Komm raus, wir gehen zu Alpha Steins Haus. Ich bin doch in deinem Haus drin, Einti. Oh, Einti, komm raus. Bitte rette mich, Altie. Bitte rette mich. Oh mein Gott, ich kann mal bei Alpha stellen, ob da noch ein paar Waffen sind oder so. Ich verbarrikadiere mich in deinem Haus um, okay? Okay, mach mal. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott, ich habe hier noch zwei Gewehre gefunden, Ente. Oh mein Gott, wenn Ente das... Wenn ich Ente das gebe... Oh mein Gott, die Puppe ist aber so gefährlich. Wow. Altie, stell deine Schränke vor die Tür, okay? Du musst dich hier bitte rausholen. Junge, ich werde dich da auch rausholen. Ich habe mich da einfach barrikadiert mit Schränken, Alter. Die bauen sich immer weiter durch. Bitte tu was, Altie, bitte tu was. Junge, guck mal, was ich gefunden habe. Nein, wie bist du hergekommen? Ich habe das hier zugemacht. Ja, hier. Hier ist auch noch eine Tür, Mensch. Ach so? Oh, dann hätte ich die Puppe benutzt. Da wäre ich besiegt gewesen. Ja, das geht gar nicht. Lass mal auf jeden Fall gucken, ob wir... Wir nehmen die Hintertür, okay? Okay, Altie, wir überraschen die einfach. Wir überraschen sie von hinten. Junge, die hat keine Chance, Alter. Was will die eigentlich von uns? Was schallt, wir machen die fertig, Junge. Ja, klar. So, ich würde sagen, Alter, ganz... Auf jeden Fall ganz genau gucken. Ganz vorsichtig, Altie. Visier schon mal. Oh, mein Gott, ich habe sie immer im Visier. Und? Ich habe sie auch im Visier. Let's go, greif an. Wer ist du eigentlich? Die kommt. Oh, mein Gott. Etta, komm ab nach oben. Ah, Mann, stark. Altie, ah. Die will nicht. Etta. Oh, mein Gott, 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 oh, mein Gott. Oha. Altie, ich ballere die weiter ab. Hilf mir. Etta, wo ist sie? Die haben nicht mehr viel Munition im Magazin, Alter. Wir müssen gezielt schießen. Nein. Oh, mein Gott. Oha, Alter, du hast sie einfach besiegt, Junge. Junge, der Fluch ist gebrochen. Hey, ich denke jetzt wirklich, wir haben die ja besiegt, oder? Ja, wir müssen... Wir, 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 wir... Moment mal, lass mal zum Lama gehen, ob die noch da ist. Komm, Medente. Oh, mein Gott, guck mal, die liegt hier noch. Oha, Alter, aber ich habe eine andere Idee, IT, was wir machen können. Was denn? Werf dir da die Lama rein. Du hast völlig recht, wie kann ich aber so eine Zweifel? Los. Nein, nein, die IT. So, jetzt ist sie aber wirklich weg, Alter, warum haben wir die in den Brunnen reingeworfen? Junge, es ist Minecraft, Alter. Wir können die einfach da reinwerfen, dann ist die weg. Junge, das war viel zu gefährlich heute, aber es war auch ein echt spannender Tag, Junge. Ist so. Und ich hoffe, Freunde, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dann machen wir noch mehr Videos, vielleicht auch mal mit Chucky, der Börsen-Puppe oder so. Mal gucken. Und ja, ich und Ente, hoffe, es hat euch gefallen. Schaut am Ende vorbei. Er macht auch super Videos auf seinem Kanal. Jeden Tag ein cooles Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Freunde. Halt da rein. Ciao. Ciao. Ciao.